Hallo zusammen, hallo Freunde. Heute mal wieder was an Swipe. Ich mache die Kammtechnik, mache aber nur in der Mitte und lasse es dann laufen. Gibt glaube ich einen coolen Effekt, da kann man noch viel Großes machen dann. Ich habe zuerst mal mit einem kleinen Bild angefangen zu üben. Davor möchte ich euch aber noch mal dieses mit diesem flüssigen Kunststoff zeigen. Ihr seht, es ist gerissen. Da muss ich noch mal schauen. Cooler Effekt ist einfach der, dass der Kunststoff matt ist und natürlich durch das Medium glänzend, die Farben glänzend sind, aber wie gesagt, ihr seht hier, es ist gerissen. Das probiere ich dann noch mal mit dem Menükleber aus und ich weiß noch nicht wann, aber die nächste Zeit. Vielleicht funktioniert es besser, vielleicht nicht, vielleicht darf ich es nicht so arg verdünnen. Okay, aber dann lasst uns starten. Ich finde es richtig cool geworden und ich denke mal, da kann man noch viel mehr draus machen dann. Okay, dann bis gleich. Ich habe Musik laufen lassen, da könnt ihr euch auf das Bild konzentrieren, das wollte ich noch sagen. Dann bis gleich. Wenn ihr das Bild konzentrieren, dann put ihr jetzt hier. Wenn ihr euch das Bild konzentrieren, tut mir, da könnt ihr euch auf das Bild konzentrieren. Dann bis gleich. Dann bis gleich. Dann bis gleich. Dann bis zum Bild konzentrieren. classification. Dann bis gleich. Dann bis kurz. Dann bis gleich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020